Kapitel 1 Unser himmlischer Vater Es gibt einen Gott Was bezeugt Ihnen, dass es einen Gott gibt? Alma, ein Prophet im Buch Mormon, schrieb, alles deutet darauf hin, dass es einen Gott gibt. Ja, sogar die Erde und alles, was auf ihrem Antlitz ist. Ja, und ihre Bewegung, ja, und auch alle Planeten, die sich in ihrer regelmäßigen Ordnung bewegen, bezeugen, dass es einen allerhöchsten Schöpfer gibt. Alma, Kapitel 30, Vers 44 Wir können den Nachthimmel betrachten und nachempfinden, was Alma gemeint hat. Millionen von Sternen und Planeten befinden sich in einem wohlgeordneten System. Sie sind nicht zufällig an ihrem Platz. Wir können am Himmel und auf der Erde das Werk Gottes sehen. Die vielen schönen Pflanzen, die vielen verschiedenen Tiere, die Berge, die Flüsse, die Wolken, die uns Regen und Schnee bringen, das alles bezeugt, dass es einen Gott gibt. Die Propheten lehren uns, dass Gott der allmächtige Herrscher des Universums ist. Seine Wohnstätte ist der Himmel. Siehe Lehre und Bündnisse, Abschnitt 20, Vers 17. Durch seinen Sohn Jesus Christus hat er die Himmel und die Erde und alles, was darin ist, geschaffen. Siehe Dritter Nephi, Kapitel 9, Vers 15, Mose, Kapitel 2, Vers 1. Er schuf den Mond, die Sterne und die Sonne. Er formte diese Welt, gab ihr Gestalt, Bahn und Leben. Die Luft und das Wasser belebte er mit Geschöpfen, die Hügel und das flache Land mit allen Arten von Tieren. Er gab uns Tag und Nacht, Sommer und Winter, Saat und Erntezeit. Er schuf den Menschen als ein Abbild, damit er über die anderen Schöpfungen herrsche. Siehe Genesis, Kapitel 1, Vers 26 und 27. Gott ist das absolut höchste Wesen, an das wir glauben, und wir beten ihn an. Er ist der erhabene Vater des Universums, der liebevoll und mit väterlicher Fürsorge auf alle Menschen herniederblickt. Lehren der Präsidenten der Kirche, Joseph Smith, Seite 43. Das Wesen Gottes Welche Eigenschaften besitzt Gott? Da wir als Abbild Gottes erschaffen wurden, siehe Mose, Kapitel 2, Vers 26, Kapitel 6, Vers 9, wissen wir, dass unser Körper seinem Körper gleicht. Sein ewiger Geist wohnt in einem fühlbaren Körper aus Fleisch und Gebein. Siehe Lehre und Bündnisse, Abschnitt 130, Vers 22. Gottes Körper ist jedoch vervollkommnet und verherrlicht von unbeschreiblicher Herrlichkeit. Gott ist vollkommen. Er ist ein Gott der Rechtschaffenheit, der Eigenschaften besitzt wie Liebe, Barmherzigkeit, Nächstenliebe, Wahrheit, Macht, Glauben, Erkenntnis und Urteilskraft. Er hat alle Macht und er weiß alles. Er ist voller Güte. Alles Gute kommt von Gott. Alles, was er macht, geschieht, damit seine Kinder so werden können wie er. Er hat gesagt, denn siehe, dies ist mein Werk und meine Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Mose, Kapitel 1, Vers 39. Warum ist es wichtig, dass wir das Wesen Gottes verstehen? Wie wir Gott erkennen. Wie können wir Gott erkennen? Gott zu erkennen ist von solcher Wichtigkeit, dass der Erretter gesagt hat, das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Johannes, Kapitel 17, Vers 3. Das erste und wichtigste Gebot lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Matthäus, Kapitel 22, Vers 37. Je besser wir Gott kennen, desto mehr lieben wir ihn und halten seine Gebote, siehe 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 3 bis 5. Indem wir seine Gebote halten, können wir ihm ähnlich werden. Wir können Gott erkennen, wenn wir erstens daran glauben, dass er existiert und dass er uns liebt, siehe Mosia, Kapitel 4, Vers 9. Zweitens, uns mit den Heiligen Schriften befassen, siehe 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 14 bis 17. Drittens, zu ihm beten, siehe Jakobus, Kapitel 1, Vers 5. Viertens, alle seine Gebote nach besten Kräften befolgen, siehe Johannes, Kapitel 14, Vers 21 bis 23. Wenn wir dies tun, werden wir Gott erkennen und schließlich ewiges Leben erlangen. Überlegen Sie, was Sie tun können, um Gott näher zu kommen. Zusätzliche Schriftstellen Der Sohn zur Rechten des Vaters, Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 55 und 56. Eigenschaften Gottes, Lehre und Bündnisse, Abschnitt 88, Vers 41 bis 44. Dem Herrn gehört die Erde, Psalm 24, Vers 1. Die Schöpfung, Mose, Kapitel 1, Vers 30 bis 39. Gott kann nichts Unrechtes tun, Alma, Kapitel 7, Vers 20. Der Vater und der Sohn sind eigenständige Wesen, Joseph Smith, Lebensgeschichte, Kapitel 1, Vers 17. Gutes kommt von Gott, Alma, Kapitel 5, Vers 40. Der Sohn und der Vater gleichen sich, Johannes, Kapitel 14, Vers 6 bis 9. Ein Gott der Wundertaten, Mormon, Kapitel 9, Vers 15 bis 20. Gott offenbart sich, Amos, Kapitel 3, Vers 7. Ein Gott der Liebe, Johannes, Kapitel 3, Vers 16. Ein Gott der Liebe, Johannes, Kapitel 4, Vers 15. Jart der Wiederhol� igen Kalbo. Jesus Block 5, Vers 11. ... ... t